Und dann habe ich den Sturz von Hermann Mayer gesehen und als ich ihn da geschmissen habe, habe ich mir gedacht, der ist hin. Und dann ist er aufgestanden und habe gewachelt, um es kurz zu machen, drei Tage darauf ist er Olympiasieger im Super-G geworden. Und als er nachher an Olympiasieger im Super-G geworden ist und nachher die Medaille angekriegt hat und die österreichische Bundeshymne gespielt hat, dann hat es mir so die Tränen ausgedruckt, jetzt die Gansel hat er aufgestellt und dann auf einmal ist es, dann ist es abgerattert und irgendwie. Und dann habe ich ganz kurz, und dann habe ich so einen Film in mir ablaufen gesehen, nachher früher, wie mir mein Papa Streifopfer gesehen habe oder sowas und österreichische Bundeshymne gespielt haben. Dann habe ich immer so einen, wie sagt man, ich weiß gar nicht. Klos im Hals. Klos im Hals, ein Frosch im Hals irgendwie so, ja genau. Und dann ist mir klar geworden, ich will das auch, ich möchte auch mal die österreichische Bundeshymne spielen hören. Mein Traumjob war sicher nicht, dass es rein Rollstuhl fahren war oder sowas, aber es ist eigentlich scheißegal, ob du jetzt im Rollstuhl huckst oder was anderes, sondern diese Kluxgefühle oder diese Momente, das kann jeder wahrnehmen. Und dann ist mir klar geworden nachher, ich möchte Sport machen.